Oh, ich habe 1,2% Spielfortschritt. Ähm, mal hier damit jetzt, äh, wahrscheinlich vor den ersten vier Jahren das erste Spielbettel. Das sind sich auch die ersten vier Jahre, die man noch hat. Und da, äh, hoffe ich mal, dass ich jetzt an der richtigen Stelle wieder rauskomme. Denn nachdem ich weiß, dass ich die Lesefolge endet habe, war ich noch am King's Cross, da habe ich dann ganz schnell ausgemacht. Ich hoffe, dass es da jetzt weitergeht. Ja, das sieht gut aus! Ja, schön hier, mein King's Cross. Aber was muss ich jetzt machen mit meinem goldenen Ding, ja? Zum Glück sind die Zwillinge da. So, das riecht, Mann. Hör, ihr soll doch nicht. Ich kann Rockland behören, ich kenne ihn zwar noch nicht, aber der soll nicht den Ding, oder? Oh, hier sind wir ja ein kleines. Drei, vierte. Ach, ich schade. Na, da war ich teilweise auch. Ach, das war ja Bienen vomatel. Wo gab mir den Gl volcanoes celte? Ja? Ach, ich bin jetzt noch mit meinem Evangelion, klar. Kommt, Ron! Lass das noch! Äh! Ja hallo Hagrid, ha? Hi, wir gehen unschauen. Und dann aber über dem schwarzen See. Ist irgendwie grad wie so eine Zeit anbaut? Oh Gott! Ja, hier werden sie verkürzen. Ah, das wird dann anscheinend. Wir haben von Grappoliboy. Gut, ich muss ja... Oh, sehen wir jetzt live? Äh, die Ausfallzelle. Ah, ha, 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 ha! Ah, Ramp, oh, Grappoliboy. Ach so, ja, er stellt gleich die Hälfte. Hallo Snape! Snape sieht gern helfen. Ah, das ist also die Wichtige. Harry, Ron und Amine, Drake und Rappoliboy und alle anderen. Ja, also Weasley nimmt man tatsächlich nicht einfach an der Tisch. Geflogen für dich. Toll, gleich mal Grappoliboy, gleich mal Silzerain und die anderen drei... ... die anderen drei Päsen und dann für dich. Aber Dumbledore bleibt nicht. Ist das jetzt Percy? Ja, das muss ja Percy sein. Das ist jetzt aber doch der Nego. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber nicht mehr zu Nego aus. Aber die Treppen seht noch nach Lego aus. Jo, ach so, und jetzt muss ich hier wieder... ...halte X gedrückt und mit Zauber springen auf Objekte zu Silvaro. Äh, muss ich jetzt doch wieder den Controller nehmen? Ach so, ich kann auch wieder wechseln. Mit X... ... und dann habe ich gesehen, dass ich alles komplett gemacht habe. Na egal, also ich muss hier... ...mhm. Ja, ja, ja. ...mhm. Oh, warte mal. Mach hier einfach mal alles kaputt. Ich habe mir überlegt, diese... ...Münzensammelaufgaben, die finde ich ziemlich... ...sinnlos. Hä? Ich habe mir überlegt, dass ich dir einfach... ...eine Gersuite mache. Oh... ...mhm. Ja, das war das Ding. Ah! Mhm! Hm! Das war's für heute. Was ist das? Oh, jetzt beginnt die Unterrichtsstunde! Professor Flitwick! Regardeum Leviosa! Aber Professor Flitwick ist ja so groß wie alle anderen. Das ist aber sehr seltsam. Ist das Leviosa? Nicht Leviosa! Wo sich das entreden? Oh, äh, Drunk, mal hinter dich! Ah, Leviosa, ich hab noch gar nicht kennengelernt, wäre schon unzupartisch. Ja, jetzt fliegen die Kinder unter der Decke. Warten wir mal jetzt. Äh, was wir jetzt machen? B? Oh, ich soll mehr. Halte B getrickt für Vicarium. Nein, äh, okay. Nein, äh, okay. Nein, der geht nicht. Okay. Und dann gibt's hier sogar Herzi-Live. Achso, ich wollte eigentlich die Kinder retten. Ich bin ein bisschen auf dem Kerzen-Ständer. Aber, nochmal Kerzen-Ständer. Hier bestimmt noch der Platz. Und Herzi-Live. Nein. Ich bin ein bisschen auf dem Kerzen-Ständer. So... Ich muss noch zwei Kinder retten. Ähh... Ich dachte, dass wir drei Kinder retten. Achso, ich muss noch nicht. Ich mach noch die Blut-Meter-Präsident. Ich muss noch die Blut-Meter-Präsident. Ich muss noch die Blut-Meter-Präsident. Wo haben wir die Lego-Steine? Achso, was stand da? Ah, jetzt hab ich die Lego-Steine nicht. Oh, okay. Achso, wenn ich das... aaaaaaah! Wenn ich jetzt noch ein Sprengst, aha! Ich denke, ich brauche das Gemälde zu zauberen, okay. Ah... Äh... Was passiert hier jetzt mit dem Ding? Ah, noch mehr Wünschen. Wofür brauche ich noch all diese Wünschen? Ja, das Gewicht gibt es. Ich sag mal, natürlich erst die Wünschen ein. Für mich ist irgendwas ein bisschen nichts. Die Schüler können uns mal ein bisschen warten. Erst wer die Wünschen eingelassen. Und jetzt? So, und da noch ein bisschen Kerzen-Ständer. Harry Ron verliert die Klammer einsam, die man in der Zeit hier hat das Ding gekippt. Ja... 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 Vielleicht gibt es die Wünschen und... ...wählen noch eins, die wir in der Zeit hier haben. So... Ach, die lösen sich oft nach einer Weile. Ja? Bitte. Was kann ich denn mit dem Stuhl hier machen? Ich fixe dich. Guck mal, ich fixe dich jetzt damit. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich kann nicht damit bischen. Oder gut. Ich denk mal das Gewicht hier. Was kann ich damit machen? Oberteil. Oh, was? Ah, das kann ich doch hier. Da hoch. Da, drauf. Guck mal, ich kann hier die Statue zusammen. Okay, komm. Erst. Erst. Genau das muss ich als erstes da drauf. Komm, schau. So, das hier ja. Und das jetzt da hoch. Hey. Und jetzt der Kopf. Ja. Ich hab die Stattung zusammengebracht. Was bringt das jetzt? Ach, dir fehlt noch der Speer da. Das gemacht, ja. Du musst den Speer... Oh, nee. Ah. Oh, jetzt bekomme ich nichts mehr. Wunderbar. Er war halt doch erst im Spiel. Ah, der schwebt ja. Ah, der schwebt ja. Der linkt da, inhibt da. Ah. MEGADIUM LEVIOSA 3 geschaltet! Yay! Ich hab' geboten mit mehr Zauber und nicht mehr was. GOLDENE STEINE! Zwei von 200! MEGADIUM LEVIOSA 3! Oh, ich hoffe, der Harry Potter kommt doch bitte! Jetzt wird mir vorbei! Ich hätte mich noch gehofft, ja? Ich schade, wenn ich mich noch nicht schaue. Weiter, ja? Was ist das für ein Ding? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? JAY! JUNGEL! Freischündelt! Toll! Ich hoffe, der Flifte Hink, was soll ich jetzt machen? Ich hab' die Aufgabe erledigt, was soll ich... Oh, hier ist ja ein Pfeil! Ich folge mal dem Pfeil! Sprechen ja alle hier neben mir! Oh, da ist was! Du kannst deine Fake-Kind jetzt außerhalb des Glanzimmers benutzen, um hier aus und Wegebuch zu erforschen! Da hab' ich gerade den Zauber dran gemalt! Das ist mal nicht nett! Naja, ich folge mal dem Pfeil weiter! Oder gerade was? Guck! Was ist das denn? Out, du kannst dich doch mal seitdem, was sollst du nachdenken? Oh, der ist das stimmt! Als ich schaffst, ist es auch mal herausgefallen, würde Der ist das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, wir sollten hier Topher in schauen. Der Quartier. Und dannausz die Pläne und dann die Pläne. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will. 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 Ich bin die Verkaufgabe. Hey, ich bin der Fall, wo das immer gut war. Oh, man. Lewis, ich habe ihn nicht solar echte Anstowozu. Ist da los mal. Hö! Oh, nein! Oh, jetzt! Okay, wir weinig was das jetzt war, aber irgendwie hab ich's geschafft. Da, wo dann halt. Ja, Snapman und McGonagher kannst du entdecken gleich. Und Tony Baby, wunderschön! So, und die Sauber. Ja, haben wir was zu tun. Ach, hier und Oma und Soma von McGonagher. Genau so muss das sein. Ah, ja, der Spiral freut sich. Oh, warum nicht? Oh, der ist abgeschossen. Gut, äh, das ist, und dann bin ich nie wieder da. Ich weiß, hier haben wir gespeichert. Oh, war ein Zauberer. Ach, ich will nicht. Ja, ich werde ihn nur für die Dinge senden, aber ich hab's ein paar. Oh, nachher rollen uns gut genommen. Schüler in Gefahr. Eins. Goldene Steine. Vier. Fünf. Geschichte fortsetzen. Ne, zurück zum Tropfen Kessel und speichern. Ich hab's gedacht, ich hab's noch mal. Ich hab's gedacht, ich hab's noch mal. Ich hab's gedacht, ich hab's. Oh, und. OUCH. Ich hab's gedacht, du bist S retain von gilt für die Position immer so. Die Ministerne nicht so. mit. Wie auch. ein wenig haftendes. Verz demonic.